hallo hallöchen wir spielen wieder ls 17 auf unserer test map wir machen wieder mod vorstellung und zwar haben wir heute diesen mulcher und dem wo wir uns mal ein bisschen genauer anschauen und wir sind das schon im menü drin und da können wir natürlich verschiedene sachen einstellen können dann drei punkt aufhängung frontlader oder radlader oder teleskoplader oder kompaktlader einstellen wir können natürlich alle farben wählen wir können design standard licht und licht safety line front und standard dann können wir noch wählen was er eigentlich machen muss entweder main mulcher fräse gruppe stuppen fräse also baumstämme weg machen walze und ja wir schauen uns das ding mal an ich hab's mal hier vorbereitet ihr habt das mal hier am traktor dran und jetzt ist eigentlich für semen und oder mulchen und dann würde das eigentlich bei mir sieht es auf jeden fall so aus über nicht ist halt kein mehr er macht da zwar alles weg da wächst natürlich kein gras mehr aber es bleibt auch kein gras übrig so und wir werden den gleich mal konfigurieren ich möchte gerne mal die walze ausprobieren die walze sollte dann eigentlich wie eine walze sein und und da könnten wir eigentlich aufs feld fahren und dann sollte das den ursprünglichen feldzustand wieder herstellen so konfigurieren wir mal die kiste lassen wir mal liegen wir könnten ja eigentlich gleich mal jedes licht montieren wenn wir schon konfigurieren konfigurieren wir gleich noch dass der traktor das blöd konfigurieren standard licht und lichtheck so wenn man vorne anbauen müssen wir natürlich vorne das licht haben so jetzt habe ich schon wieder das ding genommen jetzt haben wir hier eigentlich scheinwerfer dran und an der seite hier haben wir noch so begrenzungsleuchten dran das brauchen wir jetzt mal hier an den schönen wald war dran schmeißen mal das licht an jawohl das funktioniert auf jeden fall sieht auf jeden fall mal cool aus wenn wir das ganze ding mal senken und jetzt sollte es ja eigentlich genau wie eine walze sein und jetzt noch natürlich darf das feld im ursprünglichen zustand wieder und eigentlich da gras also das würde funktionieren jetzt probieren wir doch mal aus den grubber die mauer dann natürlich hinten ran so da schmeißen wir das gewicht mal ab und machen das gewicht vorne ran ändern mal das licht damit das licht jetzt hinten und also ich weiß nicht wenn wir das heck machen ob es denn eigentlich für hier ist ob es dann rot wäre oder wie das dann wirklich aussieht so wir haben wir zum glück heute mal unsere werkzeugkiste mit dabei das funktioniert ja gut okay das funktioniert ja gut ähm nicht den traktor sondern den mulcher bitte so jetzt haben wir die walze jetzt machen wir mal hier den grubber und hecklicht hätten wir gern konfigurieren jawohl okay so schmeißen wir die kiste wieder an die seite das machen wir jetzt mal ran aha jetzt sind hier diese begrenzungsleuchten wenn wir das sehen sind jetzt eigentlich da rot da hinten das hat sich eigentlich geändert beim licht jeder fliegt auf jeden fall schon mal dreck jetzt könnten wir theoretisch mit diesem teil grober das ist eigentlich ein allround jawohl das funktioniert auch ein allround gerät so das funktioniert dann natürlich wieder nicht weil wir da müssen wir dann wieder fliegen über den ursprünglichen zustand hergestellt haben auch das würde funktionieren was jetzt noch eigentlich mich interessieren würde ob diese stuppen fräse auch funktioniert so okay jetzt habe ich natürlich hier zwar ein baum aber ich habe keine kettensäge ich brauche noch schnell eine kettensäge hier und da wollen wir doch mal schauen ob das ding hier den denn hallo wahrscheinlich fällt der baum eh nicht um doch so jetzt wollen wir mal diesen baumstube da weg noch weg machen okay das funktioniert funktioniert sogar sehr gut da müssen wir nachher muss dann natürlich ein bisschen das würde natürlich besser funktionieren wenn wir das am am frontlader oder so dran haben jetzt ist das natürlich der stube weg also das ding gefällt mir richtig richtig gut ein allround gerät wie man sich das eigentlich wünscht okay das wäre es eigentlich schon von dieser mod vorstellung ich hoffe es hat euch ein wenig gefallen aber gerade mal ein bisschen demonstriert was man da machen kann hier auch auf dem feld und sogar der baumstube ist weg mit der stuppen fräse ich bedanke mich fürs zuschauen macht's gut bis zum nächsten mal